. Flirtkurs, datet Justine Theroux jetzt diese Bekanntheit? Lässt Justine Theroux, 46, nichts anbrennen? Es ist erst wenige Wochen her, dass der Schauspieler und Jennifer Aniston, 49, ihr Beziehungshaus bekannt gaben. Während Jen sich eher zurückzuziehen scheint, könnte sich zum richtigen Draufgänger zu entwickeln. Vor kurzem wurde dem 46-Jährigen noch eine Romanze mit dem 25-jährigen Model nachgesagt. Jetzt wurde allerdings mit einer anderen schönen Bekanntheit abgelichtet. Neue Aufnahmen, die da mal vorliegen, zeigen mit Comedy-Star und Schauspielerin, 33. Nach Informationen des Magazins verbrachten die beiden das Wochenende in New York City. . Das Duo schlenderte samt Fahrrad im lägeren Sonntags-Soutfit entspannt durch die Straßen von Manhattan. . Von Händchen halten oder anderen Turteleien vorerst keine Spur. Liebe lege hier laut einer Quelle auch wohl gar nicht in der Luft, sie sind Freunde. . Sie gingen spazieren, nachdem sie sich getroffen und ein potenzielles Arbeitsprojekt besprochen haben. Tatsächlich kennen sich die beiden Filmgesichter auch schon eine ganze Weile, 2010 standen sie gemeinsam für einige Episoden der Serie Parks und Rekreation vor der Kamera. . Soll sich offiziell immer noch in einer Beziehung mit Rebrotoyev Benna befinden, auch wenn das Paar seit über einem Jahr nicht mehr gemeinsam gesehen wurde. . . . . . . . Bis zum nächsten Mal.